Die NASA spricht von Start der Starship HLS-Betankungskampagne im März 2025 und erwartet dann alle zwei Wochen Starship-Starts. SpaceX arbeitet fieberhaft an dem nächsten Start Nummer 6, dann in den kommenden Wochen. NASA hat die Ursache für die Hitzeschild-Probleme auf Artemis 1 gefunden, hält sich dazu aber bedeckt. Der New Glenn-Rakete steht ihr Erstflug bevor, sie ist bereits auf dem Weg zum Startplatz. Die ESA sieht die Wiederverwendung von Raketen plötzlich doch als gute Idee und ein Stück Schweizer Käse hätte beinahe für einen Kontrollverlust gesorgt. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Spaceflight Now hat diese Woche ein Interview mit dem stellvertretenden Manager des Human Landing System Programms der NASA veröffentlicht. Das Interview, das verlinkt ihr euch unter dem Video. Darin gibt es neue Details zum Fortschritt des HLS Starship für das Artemis-Programm. Der erste Versuch zur Treibstoffübertragung zwischen zwei Starships, der ist für März 2025 geplant und das Testprogramm, das soll dann bis zum Sommer abgeschlossen sein. Nicht nur für die Treibstoff-Testkampagne werden ja viele Starts benötigt, sondern auch für die nächste Generation von Starlink-Satelliten, für das SpaceX-eigene Starlink-Netzwerk. Laut Interview soll die Startrate von Starship für die Betankungstest auf zwei Starts pro Woche steigen. Zunächst werden die Starts von den beiden Startrammen in Boca Chica erfolgen und später im Jahr dann auch vom neuen Starship-Startplatz am PET-39A im Kennedy Space Center in Florida. In euren Kommentaren unter meinen Videos, da tauchte öfter die Frage auf, wie SpaceX sein cryogenes Treibstoffdepot im niedrigen Erdorbit eigentlich vor Weltraumschrott schützen möchte. Im Interview erfahren wir, dass die NASA SpaceX bei der Entwicklung spezieller Schutzkacheln unterstützt hat. Die NASA soll SpaceX auch bei der Optimierung der Ventile und anderer cryogener Bauteile für das Starship geholfen haben, was eine bessere Kühlung und Handhabung der cryogenen Treibstoffe ermöglicht. Zum Design des Mondlandes Starship HLS ist ja nicht so viel bisher bekannt. Jetzt im November wird ein Design-Update erwartet. Die Überprüfung, das sogenannte Critical Design Review, das wird sich bis ins nächste Jahr ziehen. In dem Interview erfahren wir auch, dass NASA-Astronauten sich monatlich mit SpaceX treffen, um das HLS-Design weiter zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Anforderungen für eine Crew-Mondlandung erfüllt werden. Auch das HLS-Mockup in Boca Chica wird dafür genutzt. Der vorläufige Prototyp der HLS-Crew-Kabine, der enthält Aufenthaltsräume, Schlafkabinen und Laborarbeitsplätze. Ja und abseits der eher optimistischen NASA-Pläne für die Mondlandung, wann ist es denn soweit? Eric Berger hat diese Woche auf Ars Technica einen Artikel veröffentlicht, in dem er seine Aussicht auf den Zeitplan für das Starship im Artemis-Programm der NASA gibt. Während Elon Musk schon 2025 von einer vollständigen Wiederverwendung spricht, geht Berger eher von Anfang 2026 aus. Ein weiterer wichtiger Test im Artemis-Programm ist der Langzeitflugtest des Starships. Da das Starship bei Artemis 3 wochenlang im Mondorbit auf die ankommende Crew warten muss, oder zumindest die Fähigkeiten haben sollte, soll es beweisen, dass es bis zu 100 Tage im Mondorbit bleiben kann. Ziel des Tests, das Schiff autonom in einer habitablen Umgebung halten und den Treibstoffverlust minimieren. Die erste Mondlandung ohne Crew wird für Mitte 2027 erwartet. Dabei soll auch das Wiederstarten von der Mondoberfläche demonstriert werden. Falls alle Tests erfolgreich verlaufen, könnte SpaceX laut Berger im Jahr 2028 erstmals eine Crew auf den Mond bringen. Das würde den ursprünglichen Zeitplan des Artemis-Programms um etwa zwei Jahre verschieben, aber eine nachhaltige Rückkehr zum Mond ermöglichen. Dank der enormen Transportkapazitäten des Starships könnten viel größere Hardware-Komponenten zum Mond gebracht werden als bisher, was für eine langfristige Präsenz unverzichtbar ist. Ja, aber der Mond, der soll ja nur der Auftakt in dem Vorgarten der Erde sein. Elon Musk hat wiederholt erklärt, er will den Mars kolonisieren. Die Menschheit zu einer multiplanitaren Spezies machen, das ist sein Lebensziel. Ein umstrittenes Ziel, aber sind wir ehrlich, so nah dran, wie aktuell war die Menschheit noch nie. Ja, und das Gateway to Mars, das steht in Boca Chica, Texas. Was passiert aktuell in der Starbase? SpaceX bereitet gerade Booster 13 für den sechsten vollintegrierten Starship-Flug vor. Ein gutes Indiz, dass es wieder einen Booster-Fang zu sehen gibt. Die Integrations- und Fangarme haben wohl diese Woche einen simulierten Fang absolviert. Voraussichtlich auf Flug 7 wird dann das überarbeitete Starship-Design eingesetzt. Chip 33, das erste Block 2 Starship, das wurde in der Messies-Testanlage auf seine Kryo-Tauglichkeit getestet. Das ist diese Woche passiert. Apropos neues Design, das Design des neuen Startplatzes B in Boca Chica, das ist ja noch nicht vollständig bekannt. Jedoch immer mehr Hardware-Teile tauchen dort auf, die erahnen lassen, wie die neue Startanlage aussehen könnte. Großer Shoutout an NASA Spacelight für die exzellente Berichterstattung von vor Ort. Aktuell bin ich beruflich wieder viel auf Achse. Mit NordVPN muss ich mir in Sachen Online-Sicherheit zum Glück keine Gedanken machen. Laut eigener Angabe übrigens einer der schnellsten VPN-Anbieter der Welt. Die Verbindung ist so schnell, dass ich beim Arbeiten nicht mal merke, dass der VPN-Tunnel aktiv ist. Kein Zeitverlust durch langsame Verbindung oder VPN-Datenlimits, das schätze ich enorm. Mit meinem aktuellen NordVPN Black Friday Deal bekommst du bis zu 75% Rabatt und 4 Bonusmonate oben drauf. Aber warum überhaupt einen VPN-Anbieter? Ja, NordVPN bietet Sicherheit, Privatsphäre und Freiheit im Netz. Der verschleiert zum Beispiel die IP-Adresse, sodass ich virtuell aus anderen Ländern auf Inhalte zugreifen kann. Ideal, um auch im Ausland auf meine Lieblings-Streaming-Dienste zuzugreifen. Ist mir tatsächlich schon passiert, dass ich im Ausland ohne VPN nicht in der Sprache weiterschauen konnte, in der ich in Deutschland angefangen hatte. Handy, Laptop, Smart TV, NordVPN sichert mit einem Account bis zu 10 Geräte gleichzeitig ab. Aber nicht nur auf Reisen, auch zu Hause hat ein gutes VPN seine Vorteile. Wenn du vermeiden möchtest, dass dein Internetanbieter überwacht, welche Webseite du wie lange nutzt, dann hilft dir in Cognito-Modus herzlich wenig lieber den VPN an. Denn es geht keinem etwas an, was du online tust. Denkst du auch, mit meinem aktuellen NordVPN Black Friday Deal bekommst du bis zu 75% Rabatt und 4 Bonusmonate oben? Das Ganze kannst du wie immer bei NordVPN mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie-Total-Risikofrei testen. Findest du auch unter dem Video. Das Wall Street Journal hat letzte Woche einen kritischen Artikel über Starlink veröffentlicht. Dort ging es unter anderem um die Rolle von Starlink in der Ukraine und in Taiwan. SpaceX betont in einem Pressestatement jetzt, dass das Unternehmen in enger Partnerschaft mit der US-Regierung in Bezug auf die Ukraine agiert, wie auch das Verteidigungsministerium mehrfach bestätigt hätte. Der Artikel greift laut SpaceX alte, widerlegte Behauptungen auf, dass Starlink absichtlich seinen Dienst für ukrainische Soldaten abgeschaltet hätte. Laut SpaceX habe Starlink enorm zur ukrainischen Verteidigung und zur Vernetzung des Landes beigetragen. Trotz erheblicher Angriffe auf das System und hoher Kosten für SpaceX konnte Starlink die Ukraine im Laufe des Konflikts aber online halten. Die Nichtverfügbarkeit von Starlink in Taiwan führt SpaceX wiederum darauf zurück, dass in Taiwan 51% einem inländischen Eigentümer gehören müssten, was SpaceX bisher in keinem anderen Markt außer den USA als Bedingung akzeptiert hat. Dies sei der einzige Grund, warum Starlink in Taiwan nicht verfügbar ist und habe nichts mit Russland oder China zu tun. Bei aller berechtigter oder unberechtigter Kritik an Starlink, Starlink definitiv eine extrem spannende Technologie nicht nur für die Erde, sondern auch für den Weltraum. Die private Mission Polaris Dawn hat im September den Einsatz von Starlink ja an einem Crew Dragon getestet. Diese Woche wurde ein Best-of-Video von der Mission veröffentlicht, dass unter anderem neben Start und Landung auch die ersten kommerziellen Weltraumausstiege sowie das erste Wilhelm-Konzert im Weltraum zeigt. In einem Interview diese Woche mit NASA Spacelight sagte Polaris Dawn Commander und Hauptgeldgeber der Mission Jared Isaacman, Menschen haben eine einzigartige Fähigkeit. Wenn wir es schaffen, uns aus der harten Realität des täglichen Lebens herauszuziehen, können wir unglaubliche Dinge erreichen. Dem schließe ich mich gerne an und freue mich auf alle weiteren unglaublichen Dinge, die zum Wohl der Menschheit noch erreicht werden. Am Dienstag, 29. Oktober, ist von Jin Kuan eine lange Marsch 2F mit dem Crew-Raumschiff Shenzhou-19 gestartet. Dazu aber gleich mehr. Am Mittwoch, 30. Oktober, hat SpaceX von Vandenberg und von Cape Canaveral jeweils eine Ladung Starlinks gestartet. Der zweite Start von Cape Canaveral, der war der 200. Start für das Starlink-Netzwerk. Mittlerweile hat SpaceX über 6000 Starlink-Satelliten im Einsatz. Am Donnerstag, 31. Oktober, wurde vom Kosmodrom Plesetsk mit einer Soyuz 2.1a der militärische Satellit Cosmos 2579 für das russische Militär gestartet. China hat die fünfte Rotation der Besatzung auf ihrer Tiangong-Raumstation abgeschlossen. Am 29. Oktober dockte das Raumschiff Shenzhou-19 erfolgreich mit drei neuen Astronauten an. Die Crew bleibt sechs Monate an Bord der chinesischen Raumstation und führt unter anderem wissenschaftliche Experimente durch. Darunter auch das Studium von Fruchtfliegen in schwachen Magnetfeldern zur Vorbereitung auf Mond- und Mars-Missionen. Fruchtfliegen, die gute alte Drosophila melanogaster, nach dem Menschen vermutlich das bestuntersuchteste Genom. Grüße gehen raus an meinen Bio-LK-Lehrer Thomas Wartusch. Nicht nur auf der chinesischen Raumstation gab es eine Crew-Rotation, sondern auch auf der ISS. Letzte Woche hatte ich noch gesagt, die Crew-8 sei wohlbehalten auf der Erde angekommen. Dann war zu erfahren, ein Mitglied der Crew-8-Mission musste kurz nach der Rückkehr zur Erde wegen eines nicht näher beschriebenen medizinischen Problems vorübergehend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die NASA hat bestätigt, das Crew-Mitglied wurde nach einer Übernachtung im Krankenhaus wieder entlassen. Laut der NASA ist das Crew-Mitglied in gutem Zustand und wird das normale Rehabilitationsprogramm nach dem Flug gemeinsam mit den anderen Crew-Mitgliedern fortsetzen. Wegen der Datenschutzbestimmung hat man weder die Identität des oder der Astronautin noch die genaue Art des medizinischen Problems veröffentlicht. Das nicht näher beschriebene medizinische Problem hatte wohl keine Hardware-Ursache. NASA und SpaceX erklärten die Rückkehr der Crew-Dreckenkapsel, die wäre reibungslos verlaufen und es hätte kein Problem beim Wiedereintritt oder der Landung gegeben. Apropos Probleme beim Wiedereintritt, ich hatte schon mehrfach besorgt über den Artemis 1-Hitzeschild an Orion berichtet. Nach der Artemis 1-Testmission 2022 zeigte der Hitzeschild der Orion-Kapsel unerwartete Risse und Materialverlust. Die NASA hat die Ursache wohl mittlerweile geklärt. Details sollen aber noch unter Verschluss bleiben, bis entschieden ist, ob der Schild für die Artemis 2-Mission mit Crew sicher ist. Das Materialproblem des Hitzeschilds, das eine Änderung des Wiedereintrittswinkels oder zusätzliche Schutzmaßnahmen erfordert, könnte den Start von Artemis 2 verzögern. Neues Design des Hitzeschilds wird für zukünftige Missionen wie Artemis 3 ab 2026 erwogen. Die NASA will bald entscheiden, ob Artemis 2 mit Crew wie geplant 2025 stattfinden kann oder Anpassungen nötig sind. Crewflüge zum Mond und Mondlandung mit Menschen diesmal um zu bleiben, das erklärt Ziel des NASA-Atemis-Programms, Hashtag Apollo-Moment. Auch dabei Blue Origin, die unter anderem die Artemis 5-Landung mit Crew ermöglichen soll. Blue Origin bereitet gerade den Erstflug der Schwerlastragete New Glenn vor, die das unter anderem ermöglichen soll. Diese Woche wurde die erste Stufe für diesen Flug von Blue Origin GS1 genannt zur Startrampe gebracht. Der Transporte, der besteht aus zwei Anhängern. Das Transportfahrzeug hat 22 Achsen und 167 Reifen. Das Gespann wird von einem umgebauten Panzertransporter Oshkosh der US Army gezogen. Blue Origin hat das Fahrzeug Gerd für Giant Enormous Rocket Truck getauft. Das Gespann ist knapp 95 Meter lang. Die erste Stufe will man in den kommenden Tagen auf der Blue Origin Startrampe in der Cape Canaveral Space Force Station testen. Die Rakete soll in den nächsten Wochen startbereit sein. Die erste Stufe der New Glenn ist wiederverwendbar und soll bereits auf dem Erstflug auf dem Bergungsschiff oder der Bergungsplattform Jacqueline landen. Wie Blue Origin CEO Dave Limp auf X noch einmal bestätigte, wird auch die zweite Stufe für den geplanten statischen Feuertest auf der Rakete integriert. Die New Glenn Rakete ist insgesamt 98 Meter hoch und soll in der ersten Stufe wiederverwendbar 45 Tonnen in niedrigen Erdorbit bringen können. Die japanische Raumfahrtbehörde Yaksa kündigt eine weitere Verschiebung des ersten Testflug des wiederverwendbaren Raketendemonstrators Callisto auf 2026 an. Callisto ist ein Projekt von japanischer Yaksa Franzischer Kness und dem deutschen DLR. Das Programm wurde 2015 angekündigt und soll Technologien für wiederverwendbare Raketen demonstrieren. Ich hatte berichtet, dass in den letzten Wochen Studenten aus der Schweiz mit ihrer ersten wiederverwendbaren Rakete Callisto zuvor gekommen sind. Das Grierspace Team veröffentlichte diese Woche ein Video mit der Beschreibung, dass ein Stück Grierkäse, das sie als Gag an der Rakete befestigt hatten, beinahe einen Absturz verursacht hat. Auf dem 105 Meter Flug von Colibri erzeugte der eingeschweißte Käse ein aerodynamisches Drehmoment, das zum Verlust der Rollkontrolle beim Sinkflug führte. So verfehlte die Colibri-Rakete zum ersten Mal das PET und zwar um 40 Zentimeter. Ich hatte mal einen Schweizer Mitbewohner und seitdem ist Gruyère übrigens mein absoluter Lieblingskäse. Grüße gehen raus an Renato. Die ESA hat den Schuss mit der Wiederverwendung endlich gehört. Die ESA hat vier Unternehmen ausgewählt, um Europas wiederverwendbare Raketentechnologie zu fördern. Im Rahmen der Initiative Thrust und Best entwickeln Rocket Factory Augsburg und die Exploration Company leistungsstarke Antriebe, während Ariane Group und ESA Aerospace wiederverwendbare Raketenstufen und Booster entwerfen. Beim Thema Raketen steht die ESA extrem unter Druck. Die Ariane 6 ist technologisch eine Rakete aus den 80er Jahren und trotz massiver Subventionen nicht wettbewerbsfähig. Ariane 6 Oberstufe ja außerplanmäßig zu einem riesigen Stück Weltraumschrott geworden. Weltraumschrott, extrem wichtiges Thema. Die Firma Kongsberg Nano Avionics hat ein Foto ihres MP42-Satelliten veröffentlicht, das den Einschlag eines Mikrometeoriten zeigt. Eigentlich muss dieser Begriff mal neu definiert werden. Nach Angaben der ESA kreisen in einem Umkreis von 2000 Kilometer um die Erde fast 3 Millionen Kilogramm von Menschenhand geschaffene Objekte, während im gleichen Bereich jederzeit nur etwa 200 Kilogramm Meteoritenmasse unterwegs sind. Der Einschlag also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von Menschen verursacht wurde. Also eher von Weltraumschrott die Rede ist. Kongsberg Nano Avionics weiß nicht genau, wann der Einschlag stattgefunden hat, weil der erst im Vergleich von zwei Fotos entdeckt wurde, die man im Abstand von eineinhalb Jahren aufgenommen hatte. Auch ganz interessant, der Einschlag hatte keinen merklichen Einfluss auf die Stromproduktion des Athleten und ermöglicht daher auch keine Rückschlüsse, wann der Einschlag stattfand. Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche ansehen, an dieser Stelle wieder ein riesen Dankeschön an die Senkrechtstarter-Schutzengel. Also alle Menschen, die Senkrechtstarter regelmäßig auch monetär unterstützen. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen Dank. Als kleines Dankeschön gibt es ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Starts der kommenden Woche wieder am Schnelldurchgang. SpaceX, Sonntagabend, 3. November, Starlings von Cape Canaveral. Japanischer 3, am Montag, 4. November, von Tanegashima aus. An Bord befindet sich der Kommunikationssatellit Kirameki 3 für das japanische Militär. Auch am Montag, 4. November, Rocket Lab mit Elektron von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland. An Bord eine geheime kommerzielle Nutzlast mit dem Namen Changes in Latitudes, Changes in Attitudes. Dienstag, 5. November, Soyuz 2.1b mit Fregat Oberstufe von Wostochni aus mit russischem Wettersatelliten. Auch am Dienstag, 5. November, Volkenein mit Cargo Dragon für die ISS vom Kennedy Space Center aus und eine Ladung Starlings von Wendeburg. Ja, und der Wochenabschluss dann voraussichtlich Starlings von Cape Canaveral am Donnerstag, 7. November. Noch einmal der Hinweis, mit meinem aktuellen NordVPN Black Friday Deal bekommst du bis zu 75% Rabatt und 4 Bonusmonate obendrauf. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön, sehr gerecht bleiben. Dein Mo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.